So Leute, da bin ich mal wieder. Diesmal an einem Mittwoch. Oh mein Gott, was ist nur los? Ja, wir haben einmal einen schulfreien Tag. Hey, und warum das? Ja, ganz einfach, weil morgen die Englischprüfungen sind. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott, das ist das richtige Wort. Okay, was haben wir eigentlich alles erreicht in diesem Level? Drei von sechs Feen. Fast alle Kristalle, aha. Wo ist noch was? Eine Fehl will ich noch. Eine will ich noch. Eine will ich noch. Oder ein Leben. Da sehe ich noch Kristalle. Das ist gut. So. War ich da hinten schon? Sieht so aus, als ob ich da schon war. Hm. Wo könnte jetzt noch was sein? So. Wenn ich jetzt darüber gehe. Ja, gehe ich mal. Das war knappe, Gäste. Da war ich schon. So. Hm. Dann musste ich noch mal einen schulfreien. Oh Gott, Spyro, verscherzt es dir nicht. Oh Gott. Ich hasse sowas. Aber sowas von hasse ich so. Leben. Das ist gut. So. Hier ist nichts. Na los, eine wird da noch zu finden sein. Ja. Das gibt's da nicht. Oh Gott. Oh Gott. Keine Rinox mehr. Hab ich dich schon alle verkrault? Wenn ich schon alle hätte, dann hätte ich ja auch eine Fee bekommen. Da haut irgendwas nicht hin in der Stadt Seenmark. Oder Deutschland, je nachdem wo man wohnt. Fackel Nummer 3. 4 5 5 Wie viel gibt es eigentlich davon? Hm. Jetzt... Ach, ich hier etwa noch nicht. Oder war ich hier schon? Ach, hier war ich schon. So ein Ärger. Ach, wo geht es hier? Weiter. Hopp. Da waren wir auch schon. So, wenn mir jetzt nicht etwas einfällt. Na, erstmal ein Fröschen. Dann weiß ich auch nicht wieder. Da ist ein Bär. Ich jetzt wieder. Da. Na, da. Da. Oh, ich hasse sowas. Boah. Der spinnt doch. Oh Gott. Na, da. Wer will. Na, 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 na. Nein! 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 Plan B! Ich such die Rhinoxer. Oder den Rhinox. Kiss haben wir auch noch nicht. hatten wir die nicht schon mal wieso hatten wir die noch nicht halt da ist noch das war der letzte Rinox yippia yo und wusch genau du hast Pünktchen gerettet was für ein niedlicher Name na gut aus der Frühlingsfilm das war zwar nicht 100% aber ist mir egal Hauptsache das Spiel schaffen obwohl am Anfang eigentlich bin es wieder 100% aber das ist noch nicht möglich da ich noch zu untalentiert bin so was könnten wir jetzt machen na Zeitmaschinenlabor waren wir noch nicht und die Rennstrecke Rennstrecke oder Labor mal gucken was wir zuerst finden Arbeit macht das Leben süß Winter fehlt da wollen wir nicht hin ins Wasser auch nicht obwohl es heute so ein schöner Tag ist nur Regen draußen trüber Regen oh herrliches Badewetter in Klammern denkste und zack vielleicht kriege ich ja jetzt alle Blumen zusammen man weiß es ja nicht da ist Bianca wie viel Aspiro dieses Tor will einfach nicht funktionieren ja hier wie viel brauche ich denn noch 66 71 50 uh böse Falle das ist sie teurer geworden oder was ich hab das Spiel hier zu lange schon gespielt sie ist teurer geworden das wärs da ist der Geldsack hier waren wir schon mal da ist noch einer da ist noch ein niedliches Brasen da war die Fabrik wo wir schon mal waren überall waren wir schon das hier irgendwas ach ne wieso auch Zeitmaschinenlabor da hier muss man rin Spiel wird gespeichert Spiel gespeichert gefunden der Schatz 0 gleich mal vom Anfang nicht schlecht oh Gott der Professor der mir ja unsympathisch ist was ist hier los willkommen in meinem Laborspire ich baue an deiner neuen Zeitmaschine ich war gerade dabei die Lensleinstellung vorzunehmen als diese Regnungs auftauchten ja ja alles klar bitte kümmere dich um sie alles klar Großväterchen wot hä was die kann man nur rammeln au au ah weg 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 ja das war auch mal nicht schlecht ja das war der Witz des Jahrtausends und hier sind auch Lada genau auch langsam hier gibt es weniger Sprungpassagen kann das sein oh ein Blitzi wieder die Blitzis gibt es ja auch wieder ich fass es ja nicht wie komme ich da hoch gar nicht gut diese Sache auch mal geklärt ja ja ach doch schade 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 und das Punkt das Punkt als sprung passagen sprung passaschen ja 2.900 kristall ein bleistift geschmolzen ich glaube nicht dass das zu spiros hobbys hobbys gehört aber naja nein da nicht so oh gott Gut. Wer kann diese Mathematikaufgabe lösen? Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. 10 Sekunden später. Schade, keiner. Meine Zeitmaschine ist so gut wie fertig. Jetzt brauche ich nur noch Titan-Zinnstäbe, um ihre Leistung zu verbessern. Könntest du mir ein Gefallentanz behalten? Such doch bitte nach den Zinnstäben, während ich den Kurs, das Navigationssystem eingebe. Ja, gerne. Wenn wir sagen, wie viele es sind, das wäre natürlich noch besser. Das sind genau so viele, wie du Daumen hast. Und das sind wie viele? Keine Ahnung. Zählt einen Daumen? Ich habe gar keinen. Blitze wieder. Sind das Lieder der Blitze jetzt? Ach Gott. Da ist noch. Der Schlüssel. Aha. Titan. Bleistift. Fehl. Titanbleistift fehl. Gute Reihenfolge. Kekskrübelchen. Brrr. War das kalt da drin? Danke, dass... Die Kälte vertrieben war es bei uns. Und es fängt an zu regnen. Ah, ich meine jetzt nicht im Spiel, ich meine bei uns gerade. Aber... Das interessiert bestimmt keinen. Da geht es nicht weiter. Da keine Ahnung. So, äh, da runter wieder. Da ist nichts. Wie vermutet, da ist nichts. So, Bleistift. Stab. Dings. Und... Wer jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, dem lache ich aus. Na ja, ich lande... Ja, lieber... So. Das wird mir sicher. Hä? I hate you, Spyro. Habe ich dir das schon mal erzählt? Ah, und kein Schlüssel mehr. Hier war ich schon mal. Stimmt. Und die Ergleichung hat immer noch keiner gelöst. So, was aber auch. Jetzt kommt bloß die mit so einer faulen Ausrede, wie ihr könnt das nicht lesen. So, zack, zack. Spyro, du wirst mir sympathisch. Und noch zehn fehlen. Zwei gibt es bei den Randstrecken. Und hier gibt es noch... Wie viele? Oh. Noch fünf. Noch zwei in der Randstrecke. Das sind sieben. Reicht aber nicht. Römerische Stadt gibt es noch zwei. Da gibt es noch einen. Die Hintergrundgeräusche, die Hintergrundgeräusche, die Hintergrundgeräusche, die Hintergrundgeräusche einfach nicht wahrnehmen. Das ist die Devise. Und... Genau da wollte ich hin. Muss ich jetzt etwa nochmal alle Bleistifte machen? Oh nein. Ich mag Bleistifte nicht mehr. Bleistiftte sind mir unsympathisch geworden. Okay. 17 Leben wieder einmal. Und 19 Stab. Da gibt es noch ein bisschen Ruhe in Frieden. Da gibt es noch Kristalle. Was da oben noch ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich guck mal nach. Blem. Und... 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 Okay. Und nun... Da lang. So. Leben. Und genau. Und... Ja. Dann... Ne. Die Fliegen sind auch lästig. Und... 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 Genau so habe ich mir das vorgestellt. Na. Hasenröten. Hasennerven. Hier war ich doch gerade eben, oder? Nein. Ich war hier gerade. Und krumpf vielleicht auch. Okay. Da geht es nicht lang. Und... Dann gehe ich mal da lang. Und... Nein! Och maaaannn! Das gibt es doch nicht. Nichts. Weiter, 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 weiter. Weiter, Hasen töten. Hier war ich noch nicht. So, da war ein Blitz hier. Und... Ne Zündstange. Ne Zündstab eben. Mein Gott. Und... Und... Ah ja. Du hast Glöckchen gereitet. Die Hasennerven. Die Hasennerven. Obwohl sie niedlich sind. Das ist bei Hasen so. Hasen müssen flampiert werden, damit man sie genießen kann. Nein. Nein, nur Spaß. Nein, nur Spaß. Hasen sind müde. Du, 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 du. Du, 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 du. Aua. Und... Moment. Das... Das war das wieder. Und... Hoppah... Und... Moment. Genau dahin. Wenn das nicht so lecken wird. Ihn. Ist das eklig. Was passiert hier gerade? Es leckt so derber. Okay. Und... Ruppah. Hasen, Hasen, Hasen. Okay. Jetzt... Dann. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Kleinen Moment. Gleich wieder da. So. Lange Rede. Gar kein Sinn. Die Stimmen, die sind hin. Die Stimmen, die sind weg. Was war das nur für ein Schreck? Ich kann ja sogar dich. Kann ich auch wieder aufhören. Sonst... werde ich hier noch was anrichten. Und mich dabei gar nicht mehr zuhören. Genau so meinte ich das. Naja. Sei es wie es wolle. Was haben wir jetzt eigentlich? Uns fehlen noch... Feenhaufen. Vier... Plätze, glaube ich. Da ist der Schlüssel wieder. So. So, das... Schneeknack. So, der Schlüssel. Danke. Bleistift. So. Hier brauchen wir schon mal. Leben. Okay, okay, okay. Kristall. Nein. Da wird es nicht flach. Auch nicht. Ich sage mal. Auch nicht. Dann geht es bestimmt für da hinten rein. Genau. Haha, ich bin gut. 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 Jaaa. Och. Dann packen wir schon mal. Ach, ihr schon mal. Teρχä вопрос. Okay, gut, jetzt müssen wir wieder Lundfroh, und hoppa, genau so habe ich es mir gedacht. Bleistift, wieviel gibt es eigentlich, wieviel Bleistifte? Das wäre mal so eine Frage, ne? 10, 20, 400? Naja, aber das soll mich nicht weiter interessieren. Und wenn alles gut geht, wartet noch eine Überraschung für euch heute, falls es jemand meine Videos verguckt. Und damit nenne ich euch meine zwei Zuschauer, äh, ja, zwei oder drei, meistens sind es nur zwei, aber falls der dritte wieder einschaltet, wünsche ich gutes, gute Unterhaltung für wenig Geld, äh. Naja, egal. Hm. Nun gut, an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part, und wir sehen uns im nächsten Part wieder, also bis dann, und ciao! Ciao!